So, Martin. Hi Stefan. Guten Morgen. Moin Moin. Was machen wir heute? Eine Runde springen, ne? Eine Runde springen? Spaß haben. Mit Markus? Ja. Okay, und? Nervös oder geht's? Okay. Jetzt haben wir deine Hand gezittert. Ja, es wird schon langsam, ne? Ja. Das ist geil. Gut, dann sehen wir's beim Flugzeug. Wunderbar. Ich freu mich, ne? Bis gleich. Ja, genau. Ja, genau, Martin. Wie geht's denn? Gut so weit. Ja, was waren wir heute? Spass haben. Ja, ich habe einen Freikreise gespielt. Ja, das war eigentlich direkt, ne? Und das kann sein, das ist nicht an Erinnerung. Ja, aber schon ein bisschen. Gut, danke. Was? Okay, und dann ist es gebraucht. Oh, genau. Wir sind auch mal gut, fünf Meter. Okay, geil. Guten Tag. Ja, wir sind auch mal gut. Ja, wir sind auch mal gut. Ja, wir sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020